Hallo Freunde der exzentrischen Inneneinrichtung. Ich habe jetzt vier Monate lang hier in meinem Studio vor mich hingearbeitet und wirklich nur eine temporäre Situation geschafft, in der ich einfach arbeiten konnte. Jetzt ist es an der Zeit, das Ganze hier eigentlich mal richtig einzurichten. Morgen kommen die ersten Möbel, das Zeug zum Streichen liegt hier schon rum. Ich packe es jetzt an und nehme euch ein bisschen mit auf die Reise, was hier in den nächsten Wochen so alles passiert. Ihr habt ja vielleicht schon ein bisschen in meinen Insta-Stories gesehen, was ich hier so alles habe in meinem Studio, aber ich gebe euch noch mal eine kleine Führung durch den halb eingerichteten Bereich. Hier hinter mir könnt ihr mein YouTube-Setup sehen, mit dem ich euch sonst die Videos präsentiere. Ihr seht, das sieht ohne die richtige Beleuchtung ganz schön unspektakulär aus. In der Ecke hier drüben kommt so ein bisschen Lagerfläche hin. Mal schauen, was da noch alles passiert aus den Schiebetüren, wie ich so eine Art Bürohintergrund bauen für Fotos, für Businessfotos und so weiter. Ich glaube nicht, dass es jemals funktioniert. Hier drüben seht ihr das ultrageheime Planungsbord, und es hoffentlich in der Unschärfe untergeht. Was da drauf steht, dürft ihr nicht erfahren, Geheimprojekte. Hier hinter mir ist jetzt meine Technik-Ecke, wo ich meine Kameras lage, wo ich meine Akkus auflade, wo ich mich auf meine Aufträge vorbereite. All das wird noch schöner eingerichtet. Hier kommt ein schöner Werkstatttisch hin, dann wird das auch nicht mal sauber und ist nicht so ein komplettes Chaos. Hier oben an der Decke könnte man eine unglaublich gute Netzwerkverkabelung sehen, die über die Decke hier rüber zu meinem Schreibtisch geht, wo mein ganzer Krempel rumsteht, wo ich arbeite, wo ich versuche zu arbeiten. Da steht im Moment noch der iMac Pro, der jetzt noch mein MacBook Pro abgelöst wird. Auch da muss ich ganz dringend aufräumen, das Ganze mal sauber einrichten. Aber wie gesagt, es war temporär, damit ich einfach mal arbeiten konnte. Hier hinten seht ihr noch Türen und Fenster. Da ist ein zweiter Raum da hinten. Da ist ein guter Freund von mir als Untermieter drin. Der macht aber komplett andere Sachen. Ich glaube nicht, dass ihr von dem je viel sehen werdet. Hier natürlich gibt es meine unglaublich guten Magnetschilder. Achtung, Aufnahmen, wenn nicht eintreten. Da hier doch ja auch, wie immer jemand reinkommt, allen voran mein Untermieter. Und damit der mir nicht in die Aufnahmen latscht, halt mir tolle Magnetschilder machen lassen. Hier fährt noch jede Menge Kram rum. Hier liegt jede Menge Scheiß rum. Ich muss alles mal aufräumen. Das ist alles ein totales Chaos. Und deswegen kommen jetzt neue Möbel. Deswegen kommt ein bisschen was, womit ich einfach mal eine Einrichtung hier drin schaffen kann. Und dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch mehr YouTube-Videos machen kann, weil ich nicht immer durch das Chaos hier durchstapfen muss. Schritt 1 wird sein, hier hinten den Bereich mal komplett neu zu gestalten. Dazu fliegen die aktuellen Setbauten erstmal komplett raus. Ich werde hier alles neu einrichten. Möbel kommen morgen. Ich muss die Wand noch streichen. Ich muss hier aufräumen. Und dann wird auch nächste Woche hier die erste größere Produktion stattfinden. Für heute ist erstmal Feierabend. Morgen früh um sieben sollen laut Spedition die Möbel kommen. Mal schauen, ob das klappt. Ihr erfahrt es gleich. Esstatt ein paar Minuten. Jetzt wollen wir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, letzter abschließender Teil meines Vlogs aus dem Studioaufbau hier. Wie ihr sehen könnt, ist es einigermaßen fertig. Das Set muss noch gebaut werden, aber es ist zumindest mal aufgeräumt, von dem Pub und Müllfriedhof hier drüben mal abgesehen. Ich werde jetzt hier mit dem Kai, der hier steht, zusammen ein Video aufnehmen, einige Videos aufnehmen und das Ergebnis davon könnt ihr finden bei Abenteuer Reportage Fotografie. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut und euch mal ein bisschen umschaut, was wir da so alles treiben. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier im Studio weitergeht, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video.